O.C., einer der weltweit führenden Anbieter von Digitaldruck und Workflow-Lösungen, ist Partner der grafischen Industrie. Einer unserer langjährigen Kunden ist die Krebser AG mit Sitz in der Schweizer Stadt Thun. O.C. hat die passenden Antworten zum Wandel in der grafischen Industrie und hilft seinen Kunden beim Nutzen von Marktchancen, beim Erstellen hochwertiger Druckprodukte, bei der Integration von Zulieferprozessen und der sachkundigen Planung seiner Geschäftsprozesse. Für O.C. haben Partnerschaften einen hohen Stellenwert. O.C. hilft der Firma Krebser, ihr Geschäft professionell weiterzuentwickeln. Unsere Firma hat sich über vier Generationen stark entwickelt. Heute sehen wir uns als integralen Dienstleister und Anbieter mit vier strategischen Geschäftseinheiten, die ineinander übergreifen und sich hervorragend ergänzen. Diese einzigartige Struktur, gepaart mit der passenden Unternehmenskultur sowie langfristiger Planung und Orientierung, gibt uns Stabilität die nötige Power und Grösse, aber auch Flexibilität und Schnelligkeit für eine erfolgreiche Zukunft. Die Krebser AG, das traditionsreiche Schweizer Familienunternehmen, ist in folgenden vier Geschäftsbereichen tätig. Einem Büchersortiment auf über 400 Quadratmetern. Kunden finden zu jedem Thema ein passendes Buch. Der Papeterie mit qualitativ hochstehenden Produkten für das Büro und für zu Hause. Der Büroplanung und Einrichtung, von der Idee bis zum schlüsselfertigen Arbeitsraum. Vorstellungen des Kunden zu Terminen und Budgets werden strikt eingehalten. Dem Copyprint in Thun und Steffisburg für individuelle Gestaltungs- und Kopierlösungen für grafische Produkte und Dienstleistungen. OZE ist für uns ein verlässlicher Partner, der uns hilft, unser Geschäft professionell weiterzuentwickeln. Die Drucksysteme bieten eine gleichmässig hohe Druckqualität und Schnelligkeit, eine einfache und intuitive Bedienung sowie hohe Zuverlässigkeit. Dies sind klare Vorteile gegenüber anderen herkömmlichen Druck- und Kopiersystemen. Krebser bietet einen Full-Service mit einem hohen Anspruch an Produkt- und Dienstleistungsqualität. Farbdrucke der OZE CPS 800 können auf Kundenwunsch kombiniert werden mit Schwarz-Weiss-Drucken von der OZE VarioPrint 6100. Vielseitige und hochwertige Druckprodukte personalisiert und zielgruppengerecht, geheftet, gefalzt, geklebt oder gebunden. Schon seit vielen Jahren haben wir OZE-Geräte bei uns im Einsatz und sind immer wieder über die Technologie- und Leistungsentwicklung erstaunt. Auch die Nähe der Servicedienststelle ergibt kurze Reaktionszeiten bei Störungen. Das ist ein grosser Vorteil, denn wenn die Geräte stillstehen, können keine Aufträge ausgeführt werden. Und das mögen wir gar nicht. In der Kombination von Digital- und Offset-Druck analysieren und prüfen wir für unsere Kunden auch die bestehenden Druckaufträge auf Sparpotenzial und evaluieren die optimale Produktionsmethode. In einem losen Netzwerk arbeiten wir mit qualifizierten Partnerfirmen zusammen, die unser Angebotsspektrum optimal ergänzen. Zum Beispiel bei grossen Offset-Aufträgen übergeben wir die Produktion gerne einem dafür eingerichteten Partner. Durch den Maschinenpark von OZE sind wir auch flexibler geworden. Zum Beispiel bei der Broschürenherstellung haben sich die Arbeitsschritte reduziert und damit die Effizienz deutlich erhöht. Ebenfalls ergeben sich durch die Möglichkeit der Nutzenplatzierung bei Kleinformaten kürzere Produktionszeiten. Dadurch bleibt mehr Zeit für andere Jobs. Das OZE Quality Center bietet uns Zugang zu verschiedenen Themen. Einerseits geniessen wir eine spezielle Betreuung durch den Business Support. Andererseits besuchen wir lehrreiche Papier- und Verkaufsseminare oder Schulungen und profitieren von einem befruchtenden Informationsaustausch mit Anbietern aus anderen Regionen in einem weltweiten Netzwerk. Wir wollen unsere Kunden mit unseren Printprodukten einfach erfolgreicher machen. Eine Möglichkeit sehen wir zum Beispiel über den Ausbau im Internet mit einem 24-Stunden-Bestellsystem, wo man in einem einfachen Content-Management-System Inhalte verändern und Produkte bestellen kann. Ambitionierte mittelständische Unternehmen und international tätige Konzerne, Anwälte und Wirtschaftsberater nutzen das vielfältige Angebot der Krebser AG. Zum Beispiel die Firma Duschholux, Hersteller und Anbieter von Lösungen im Bad- und Duschbereich. Unsere Kunden erwarten von unseren Produkten ein Höchstmaß an Qualität und Präzision. Dasselbe verlangen wir von unseren Lieferanten. Aus diesem Grund arbeiten wir mit Partnern zusammen, auf die wir uns jederzeit hundertprozentig verlassen können. Wir befinden uns hier im schönsten Porsche-Zentrum der Schweiz. Das Porsche-Zentrum Bern gehört zur Amag Retail. Die Amag Bern arbeitet schon seit Jahren mit der Firma Krebser zusammen. Bei der Firma Krebser ist auch ein ausgezeichneter Partner und ein starker Partner sucht natürlich auch eine starke Partnerin. Und das haben wir mit der Firma Krebser gefunden. Kellerhals Hess, Rechtsanwälte, gehört zu den führenden Anwaltskanzleien in der Schweiz mit Büros in Bern und Zürich und über 70 Mitarbeitenden. Wir sind spezialisiert, vor allem im Bereich des internationalen und nationalen Wirtschaftsrechts. Mit der Firma Krebser arbeiten wir sehr gerne zusammen. Das betrifft vor allem den Bereich Kopieren und Drucken, das Büromaterial, die Bücher, aber auch den ganzen Bereich der Büroeinrichtung. Wir schätzen sehr die modernen elektronischen Bestellmöglichkeiten, aber auch den trotzdem sehr persönlichen Service, den wir geboten bekommen. Von OZE erwarten wir nichts anderes, als eine weiterhin so gute und faire Partnerschaft, vereint mit hervorragendem Service und ausgezeichnetem Dienstleistungsangebot. Wir haben die Möglichkeit, damit neue Märkte zu eröffnen und können mit der Entwicklung in der Zukunft erfolgreich mithalten. Als Druckdienstleister hat sich die Krebser AG durch den Digitaldruck mit OZE im Wettbewerb erfolgreich positioniert. Der Krebser eigene Kurierdienst bringt Druckaufträge direkt zu den Kunden ins Büro oder nach Hause. Stamm- und Neukunden profitieren vom umfassenden Angebot. Krebser hat mit OZE, einem der weltweit führenden Anbieter von Digitaldrucksystemen und Software zur Dokumentenerstellung, Reproduktion und Verwaltung für den Schwarz-Weiß und den Farbdruck, den passenden Partner gefunden. Eine gewinnbringende Partnerschaft für die Krebser AG und für OZE. Und vor allem für die Kunden des Schweizer Traditionsunternehmens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017